Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zombie Trailer Park. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, die Strategie liegt mir einfach nicht so richtig. Also so ein bisschen, aber naja wir gucken einfach mal. So, wir können Units kaufen. Base, 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 Buildings. Wo habe ich denn mein Geld da? Shovelman, use a shovel to smash Zombies good. Sauvage Yards, Sauvage Yards generate 50. Ja, das will ich auf jeden Fall. Dann hätte ich ganz gerne die Viecher. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip kennt, aber es ist halt so eine Base gegen Base Geschichte quasi. Also der eine produziert Linkseinheiten, in dem Fall wir, die Zombies aka die KI produziert Rechtseinheiten und dann laufen die gegeneinander und man muss eben versuchen, die gegnerische Basis zu zerstören. So sieht das aus. So, Limit von 10 Leuten, das ist doch schon mal ganz gut. Die schnetzeln sich da auch schon eher durch. Ach ja, kein Grund, mich hier voll zu maulen. So, eigentlich hätte ich ganz gerne noch ein Salvage Yard. Für mehr Money. Wie die einfach nur abschaufeln da drüben, das ist fantastisch. So, dann hätte ich den ganz gerne noch. Können wir nämlich auch noch 5 Zombies mehr gleich bauen und dann machen wir hier gleich mal Alarm. Gott, Spring Zombies. Schnell wegklopfen. Ich drehe hier mal die Geschwindigkeit eben ein bisschen hoch, dann dauert das nicht ganz so ewig. Farmhouse enables you to make angry farmers. Okay, angry farmers wäre super. Möchte ich das schon? Weiß ich noch gar nicht. Möchte ich, glaube ich, erst noch ein Salvage Yard, damit ich noch mehr Kohle kriege. Schön, dass die im Preis auch gleich bleiben. Nicht noch steigen. Es geht sogar noch schneller. Fantastisch. So, Maximum Salvage Yards haben wir erreicht. Zumindest für dieses Level. Ich würde gerne ein Haus bauen. Fantastisch. Dann kann ich jetzt nämlich angry farmer mit einer Shotgun. Das ist fantastisch. Außerdem haben die ja auch vor allem mehr Reichweite. Das ist ziemlich gut. Was kann ich hier drüben machen? Angry Mob. Charging Mob with a bone to pick with a zombie. Okay. Ach, die angry farmers sind schon ein bisschen fantastisch. Kann man nichts gegen sagen. So, dann hauen wir der Zombie-Base drüben mal ordentlich auf die Fresse. Wie es abgeht einfach nur. So, den Lynch-Mob noch mal hinterher schicken. Gott, sie haben Fatty McFetfet ausgepackt. Aber er platzt einfach vorher weg, weil wir zu awesome sind. Garage. Ah, Survivalists. Moonshine-Bombas. Na, bauen wir nochmal. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber hey. Ah, und fertig. Jawohl. Yee-ha. You win. You stormed the damn virus zombies. Post-Gord. Ja, bla 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 bla. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, die zweite Stage mache ich eben auch nochmal fix. La, la, la. Gott, mehr Speed bitte. Sonst schlafe ich hier ein. Ja. 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 Gott, haut mal rein. Ich brauche hier 500 Dollar für so ein scheiß Salvage-Yard, sonst komme ich hier nie zu was. Nun komm schon. Na, endlich. So, jetzt muss ich nur gucken, ob ich die Zombies noch aufhalten kann. Das wird jetzt nämlich schon interessant. Ja. Ja. Da kommt nämlich ein ganzer Schwank von den Mistviechern, aber die schaufeln wir ganz ordentlich weg, würde ich sagen. Naja, dat läuft. Das ist doch eine gute Sache. So, höheres Limit möchte ich eigentlich gerade gar nicht. Wow. Kommt denn die Uschi her? Kann ich mir nicht so einen Alarm machen. Noch ein Salvage-Yard, bitte. More money's for me. Ah, die Schaufelskills sind einfach schon weit vorne. Kann man nichts gegen sagen. So, wir packen hier mal so einen Mob aus. Der räumt ja erstmal so ein bisschen aus. Hoffe ich zumindest. So, das haben wir voll. Ich darf dann ganz gerne noch zwei Stück. Dann machen wir hier erstmal Alarm. Jawohl. Wie der die einfach nur wegmanscht, ne? Das ist schon extrem bitter. Könnt ihr bitte die Uschi wegschießen? Die macht mir viel zu viel Schaden. Was ist denn da? Was ist denn eigentlich? Uh, Machine Gun. Sehr schön. Der Harvester ist natürlich auch weit vorne. I got a brain here. Come, my heart is done. I'll give you the key. Gott, erinnert mich, falls ich nicht hier irgendwo in der Videobeschreibung oder jetzt im Video einen Link setze zum Combine Harvester-Video, falls du nirgendwo zu finden ist, schreibt mir bitte einen Kommentar, dass ich es mache. Aber das Video ist großartig. Der Song ist auf jeden Fall catchy, also kann schnell zum Vorwurm werden. Und das Video ist einfach großartig. Sinn ist halt aus dem Film, ist aus dem Film Evil Aliens und der ist, der ist ultra trashig. Der ist so trashig. Ich habe keine Vorstellung, wie trashig er ist, aber die Szene ist Gold. Die Szene ist richtig fantastisch. Nur der Krach ist gerade ein bisschen unerträglich. Aber wir fahren einfach noch mit dem Mähdraschender rein. Das passt schon. So, jeeha, I won again. Alter, der Typ geht auch so gar nicht. Äh, ja. Das ist Zombie Trailer Park. Ich denke, das System ist klar. Ist halt mit den vier Stages mal so für zwischendurch echt ganz witzig. Also auch mehr so eine halbe Stunde Pausengame. Aber schon durchaus nett. Also, wenn ihr Bock drauf habt, Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag noch. Und, äh, ja. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.